Hallo Leute, willkommen bei Produktbewertung. Heute sehen wir uns die besten Etikettendrucker Test an. Durch umfassende Recherchen und Tests haben wir eine Liste an Optionen zusammengestellt, die die Bedürfnisse verschiedener Anwender erfüllen werden. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, sieh dir am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Fünfte Produkt auf der Liste ist der JOSE DHL Etikettendrucker. Der JOSE Etikettendrucker ist die ideale Lösung für alle, die professionell aussehende Etiketten mit hoher Druckqualität und Geschwindigkeit benötigen. Er ist einfach zu bedienen, sehr langlebig und kann in jeder Umgebung eingesetzt werden. Der Etikettendrucker verfügt über eine integrierte Festplatte, auf der Sie Ihre Etiketten als Vorlagen speichern können, damit Sie sie nicht jedes Mal neu eingeben müssen. Der JOSE DHL Label Printer 4XL ist ein erschwinglicher USB-Termodirektdrucker, mit dem Sie Etiketten in allen Formen und Größen schnell und einfach drucken können. Er verfügt über eine integrierte Festplatte, auf der Sie Ihre Vorlagen speichern können und das Gerät selbst ist klein genug, um in jede Umgebung zu passen. Der Etikettendrucker druckt vier Zeilen mit 20 Zeichen pro Zeile in nur 12 Sekunden, was ihn zu einem der schnellsten Thermodirektdrucker auf dem Markt macht. Der JOSE ist ein erschwinglicher USB-Termodirektdrucker, mit dem Sie Etiketten aller Formen und Größen schnell und einfach bedrucken können. Der JOSE DHL Label Printer 4XL verfügt über eine eingebaute Festplatte, auf der Sie Ihre Vorlagen speichern können, außerdem bietet er einen einfachen Plug- und Amp, Präanschluss an Ihren Computer sowie eine automatische Schneidevorrichtung für maximale Effizienz. Auf dem vierten Platz ist der Brasser P-Touch QL570. Der Brasser P-Touch QL570 Etikettendrucker ist ideal für die Erstellung von Etiketten zu Hause oder im Büro. Dieser USB-2 fähige Etikettendrucker druckt bis zu 68 Etiketten pro Minute mit einer maximalen Auflösung von 300 dpi x 600 dpi. Im Lieferempfang enthalten sind Treiber und Dienstprogramme, das P-Touch-Adress Book 1.1 für Windows, P-Touch Editor 5.0 für macOS und P-Touch Editor 5.0 für Windows. Außerdem sind die folgenden Etikettenbänder für diesen Brasser QL570 Etikettendrucker enthalten, weiße Retransferbandkassette, schwarz auf weißem Etikett, fluoreszierendes Gelb, fluoreszierendes Rot, fluoreszierendes Grün, fluoreszierendes Rosa. Fehlerbehebung bei Hardwareproblemen auf dem Brasser P-Touch QL570 mit Windows 8. Wenn es ein Problem mit der Kompatibilität des neuen Betriebssystems mit Ihrem Brassergerät gibt, können Sie es beheben, indem Sie überprüfen, ob Sie alle verfügbaren Updates installiert haben. Sie sollten die offizielle Website des Herstellers besuchen, um zu prüfen, ob neue Updates verfügbar sind oder überprüfen Sie Windows Update. Dritte Produkt auf unserer Liste ist der Manbin Etikettendrucker. Sie suchen einen zuverlässigen und einfach zu bedienenden Etikettendrucker. Dann sind Sie bei unserem Manbin Thermodrucker genau richtig. Dieser USB Etikettendrucker ist mit allen Windows- und Mac-Systemen kompatibel und damit eine gute Wahl für jedes Unternehmen. Außerdem kann unser Etikettendrucker die gewünschten Parameter innerhalb einer Minute einstellen, sodass Sie sofort loslegen können. Und im Gegensatz zu anderen Druckern, die Toner oder Tinte benötigen, gehen bei unseren Thermodruckern nie die Vorräte zur Neige. Sie werden auch unser einzigartiges Aussehen und die Tatsache zu schätzen wissen, dass unsere Etiketten mit Shopify, Etsy, eBay und Amazon verwendet werden können. Natürlich ist der Manbin Etikettendrucker nicht nur einfach zu bedienen. Er kann dank seiner scharfen Druckerflösung von 300 dpi auch hochwertige Etiketten drucken. Die Punkte sind so klein, dass unsere Tintenstrahldrucker in ihrer Schärfe und Farbtiefe an Laserdrucker heranreichen und damit ideal für alle Einsatzbereiche sind. Dank der Textfunktion mit variablen Abständen erzielen Sie immer eine perfekte Beschriftung Ihrer Etiketten. Zweite Produkt auf unserer List ist der Zebra GK420D. Dieser Thermodirektdrücker bietet eine Auflösung von 203 x 203 dpi und eine Druckgeschwindigkeit von 127 mm pro Sekunde. Er verfügt über einen 8 MB großen Speicher und kann über USB oder eine serielle Schnittstelle angeschlossen werden. Der GK420D ist ebenfalls ein Zebra-Gerät und mit Windows, Mac und Linux-Systemen kompatibel. Es ist kein Farbband erforderlich, was sowohl Abfall- als auch Ausfallzetten reduziert. Sie können Etiketten einfach und ohne Werkzeug oder Einstellrollen hinzufügen, was Ihnen Zeit und Mühe spart. Vier Etikettenablöseoptionen ermöglichen Ihnen die Auswahl der richtigen Ablösemethode für Ihre Anwendung. Der GK420D ist drohskonform und hat eine begrenzte Garantie. Sie können diesen Drucker mit dem optionalen Ständer auf den Schreibtisch stellen oder ihn mit der integrierten Halterung an der Wand befestigen, um einen effizienteren Betrieb auf der Theke oder am Kiosk zu gewährleisten. Er verfügt über eine einstellbare hintere Papierführung von 35 bis 54 mm mit Markierungslinien für die jeweilige Medienbrette sowie überforderte Barcode-Empfängerplatzierungshilfen, die eine einfache Einrichtung in Einzelhandelsumgebungen, Banken und anderen POS-Anwendungen ermöglichen, bei denen mehrere Barcodes angebracht werden müssen. Die Nummer 1 unserer Liste ist schließlich der DYMO Label Writer 450. DYMO Label Writer 450 Twin Turbo Etikettendrucker mit kostenloser Software und zwei Etikettenröllen für den Anfang. Druckt bis zu 71 Adress- oder Versandetiketten pro Minute 40% schneller als der DYMO Label Writer 400. Enthält die Software DYMO Stamps von Microsoft Outlook, die sich in gängige E-Mail-Programme integrieren lässt, sodass Sie in einem Schritt-Porto von Ihrem PC ausdrucken können. Der DYMO Label Writer 450 ist ein leistungsfähiger Desktop-Etikettendrucker, der bis zu vier Zeilen Text auf ein Adress- oder Versandetikett druckt, perfekt für die Kennzeichnung von Kartons, Umschlägen und Paketen. Verwenden Sie ihn zum Erstellen professioneller Etiketten für alle im Büro, auch für Führungskräfte. Es gibt noch einige andere Merkmale, die diesen Etikettendrucker unter den DYMO Labelreiter Modellen hervorheben. Dieser DYMO Label Writer 450 verfügt über einen Twin-Turbo-Druckmotor, der noch schneller ist als das, was Sie von anderen führenden Marken erwarten können. Mit diesem Drucker können Sie bis zu 71 Adress- oder Versandetiketten pro Minute drucken, 40% schneller als mit dem DYMO Label Writer 400. Vielen Dank fürs Ansehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch den Daumen nach oben, und wenn neu auf dem Kanal bist, abonniere ihn und klicke die Glocke an, damit du keine Updates verpasst. Bis zum nächsten Mal.